Was war das gestern wieder für ein Abend? Eigentlich wollte man sich nur gemütlich mit ein paar Freunden treffen, ein bisschen Vino trinken oder so, aber schnell wurde aus dem bisschen Vino trinken ein paar Flaschen Vino trinken und dann kippte man noch ein paar Shots und spülte das Ganze schließlich mit Absinth runter, Bierpong und Rage Cage inklusive, statt gemütlich mal wieder eine pure Eskalation. Getreu dem Motto, ein Knicklicht muss erst brechen, bevor es leuchten kann, versucht man sich dann den Abend schön zu reden, während man im Bett liegt und sich um einen alles dreht und man das Gefühl hat, ein Presslufthammer mal trittiert deinen Kopf und man verwirrter ist als nach dem Film Tenet. Dinge, die man nicht sehen will, ist dann sein Gesicht, sein Geldbeutel und seine versendeten Nachrichten. Man fragt sich, was ist gestern alles passiert, denn man hat nur noch Fragmente im Kopf, als man sich an die Litfaßsäule entlang tastete und Angst hatte, eingemauert zu sein, als man im Kleiderschrank war und den Eingang nach Narnia gesucht hat, Deep Talks über Hamster, Wiesen und Rasenmäher und politische Diskussionen auf Englisch angereichert durch Wodka mit russischem Akzent und eine Flasche Rotwein, die ja bekanntlich 18-Messer-Philosophie-Studium ersetzen. Und wenn man dann am nächsten Tag so fertig im Bett da liegt wie ein Fisch auf den Festland, schwört man sich hoch und heilig nie wieder Alkohol zu konsumieren. Ein Schwur, den man spätestens dann bricht, sobald man sich am nächsten Tag mit ein paar Freunden verabredet, um gemütlich an der Donau zu chillen. Alles bleibt gemütlich, zwei Bier werden trotzdem getrunken, das ist nicht viel, doch summiert sich auf Dauer. Die Volksdroge Nummer 1 ist Freund und Feind zugleich. Ob Feste, Weihnachten oder Geburtstag, Spieleabende, gemeinsames Kochen, Grillen, Dates, es findet sich schon immer ein Grund, das Glas zu heben. Wenn etwas Schlechtes passiert, dann trinkt man es, um etwas zu vergessen. Wenn etwas Gutes passiert, dann trinkt man, um es zu feiern. Und wenn gar nichts passiert, dann trinkt man, sodass etwas passiert. Etwas, was ich in diesem Video hinterfragen möchte. Dieses Video soll dabei kein Mahnvideo über die Schäden sein, die Alkohol anrichtet. Ich denke, wir wissen alle, dass Alkohol mehr Schattenseiten hat als Mordor. Alkohol ist wie Instagram oder Facebook. Man gibt mehr von sich preis, ist offener, postet, mist, wird süchtig und einem gefällt alles, egal wie blöd es auch sein mag. Und je älter ich wäre, desto kritischer sehe ich Alkohol, obwohl ich ihn durchaus gerne trinke. Guten Wein, gutes Bier, leckeren Gin. Aber es ist und bleibt ein Gift, das Existenzen und Körper zerstören kann. Aber über die Gefährlichkeit dieser Droge gibt es schon genügend Videos. Vielmehr möchte ich mit dem Video das alkoholische Konsumverhalten von mir und meinen Kommilitonen so ein bisschen kritisch betrachten und ein bisschen selbstreflektierend darauf schauen. Das Thema hat sich übrigens mein Kanalmitglied Lukas von Hentai Mann gewünscht. Vielen Dank für diesen Themenvorschlag. Gerne könnt ihr auch eine Mitgliedschaft abschließen, um meinen Kanal ein bisschen finanziell unter die Hände zu greifen. Würde mich sehr freuen darüber. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich muss zugeben, ich liebe feiern. Ich liebe es vorzugehen und gerne auch mal ein bisschen zu trinken. Was ich nicht mag, sind Abstürze. Ich bin tatsächlich noch nie am nächsten Tag aufgewacht und habe Erinnerungslücken von der Party. Und auch Übelkeit vom Alkohol kommt sehr, sehr selten vor. Und auf das kann ich auch echt verzichten. Trinken, um einen möglichst krassen Abschritt zu haben, ist der falsche Weg. Vielmehr achte ich darauf, immer die Kontrolle zu behalten. Wobei ich da echt aufpassen muss. Denn gerade bei Mischgetränken dosiert man Alkohol oft so nach dem Prinzip Alkohol lockert natürlich die Stimmung auf. Ich bin auch echt gerne unterwegs und das hat mir auch den Spitznamen Partypad eingebracht. Aber für mich zählt ja nicht das Saufen an sich, sondern die Geselligkeit. Das geht auch ohne Alkohol. Und ich finde es immer schade, wenn man schief angeschaut wird, wenn man nichts Alkoholisches trinkt. Wer keinen Alkohol mag, ihn nicht verträgt oder einfach keinen trinken will, wird auf Partys oft schräg angeguckt. Ach komm schon, nur ein Glas. Sei kein Spielverderber. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Die dummen Sprüche bei den freiwilligen Abstinenz reichen dann von aufdringlich bis erpresserisch. Und oft trinkt man dann ein und trinkt dann doch mit, obwohl man vorhin auch gesagt hat, heute bleibe ich nüchtern. Da würde ich mir oft selber einen durchsetzungsstärkeren Willen wünschen. Aber leider ist unser Gehirn auf Harmonie gepolt. Da kommen ein Ja oder Okay schnell über die Lippen als das ablehnende Nein. Diese Gruppenzwang ist beim Trinken leider oft vorhanden, aber vielmehr sollte man denjenigen auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass du trotzdem dabei bist, obwohl du nichts trinkst, anstatt solchen Personen als Langeweile abzustempeln. Die Erfahrung, die ich mache, ist, dass du in der Bar einfach nur ein Getränk in der Hand brauchst. Und das kann echt jedes Getränk sein, auch eine Cola oder eine Club Mate. Dann kannst du genauso gut mit den Leuten anstoßen. Wenn Matt zum Mix Cola Orange küsst, dann ist Multimitivinsaft ein wahrer Gangbang. Lasst euch nicht einreden, dass ein alkoholfreier Cocktail nur ein trauriger Saft ist oder ein Radler wie ein BH auf der Wäscheleine, da da nichts drin ist. Lass euch sowas nicht sagen. Glaub mir, du wirst auch so mit den Leuten ins Gespräch kommen und bist dafür am nächsten Tag tausendmal fitter und produktiver. Auf Hauspartys oder Events wie Konzerten oder Duld greife ich dann aber doch lieber zum Alkohol als Startup. Und gerade Trinkspiele wie Bierpong oder Rage Cage sind eine hervorragende Möglichkeit, um in Kontakt zu anderen Menschen zu treten. Dennoch konsumiert man als Student meiner Meinung nach echt zu viel Alkohol. Wenn man fast jeden Tag unterwegs ist, summiert sich das Ganze einfach, weswegen ich für mich das mehr und mehr begrenzen möchte und nur noch zweimal die Woche aktiv zum Alkohol greife. Und auch das ist eigentlich jede Menge, wenn man so überlegt. Was ich allerdings befürworte, ist es, nicht zu früh mit Alkohol anzufangen. Ich selber probierte mit 16 mein erstes Bier, aber das schmeckte mir überhaupt nicht. Und ich habe die Devise, was mir nicht schmeckt, das trinke ich nicht. Nun, die brach ich dann wohl. Mittlerweile schmeckt mir Bier oder zumindest der günstige Preis davon. Und dennoch fange ich erst so richtig mit 18 Jahren zum Trinken an. Was ganz gut ist, denn bei Heranwachsenden funktioniert das Hirn in dem Zusammenhang mit Alkohol wie folgt. Jeder Tag, der eher getrunken wird, bedeutet stärkere Nervenverbindungen zwischen dem Gedanken Alkohol und dem Belohnungszentrum. Wieder andersherum, wenn ein Jugendlicher nur ein Jahr oder auch weniger später das erste Mal trinkt, sind seine Chancen, suchtkrank zu werden, erheblich verringert. Gerade auf der Duld oder im Fasching sehe ich es immer sehr bedenklich, wenn Minderjährige ihre Verträglichkeit unterschätzen und dann unterm Tisch liegen oder sich gar ins Koma saufen. Beim Minderjährigen fehlt da noch die Reflexion. Dort ist es noch cool, sich abzuschießen. Und von diesem Image, dass es cool ist, einen alkoholischen Absturz zu haben, rate ich entschieden ab. Es ist überhaupt nicht cool, wie eine Horde Affen durch die Gegend zu grölen, sich anzupinkeln oder Mädels besoffen hinterher zu pfeifen. Besoffen flirten ist wie hungrig einkaufen gehen. Bringst dann Sachen mit nach Hause, die du eigentlich gar nicht brauchst. Bei 10 Shots fragt sich dann dein Gehirn schon, was machst du? Deine Liebe fragt sich ebenso, was machst du? Dein Bauch genauso, was machst du? Und spätestens dann schreibst du der Ex genauso, was machst du? Für Alkohol gilt deswegen, kenne dein Limit. Anstatt saufen zu gehen, gehst du in eine Bar. Hab einen schönen Abend. Gerne mal mit, mal ohne Alkohol, aber alles entspannt. Alkohol ist letztendlich nur der Treibstoff für all die kleinen Begegnungen, die eine Bar zu bieten hat. Was ist eure Meinung über Alkohol? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch mehr wissen wollt, Bezug auf mich und feiern, dann hört gerne in meinen Party-Podcast rein, den ich euch natürlich gerne in der Beschreibung verlinke. Genauso wie meine Social-Media-Links. Deswegen, man sieht sich dort oder beim nächsten Video. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen. Broadcast yourself, broadcast together. Euer ungeschminkter Blackscreen. Bricks-Podcast